Hallo und willkommen bei Hartverrat. Hier die Technik News der Kalenderwoche 33 2021. Der Chefe von Nvidia hat nochmal bestätigt, auch 2022 wird es weiterhin eine GPU-Knappheit geben. Der Bedarf an GPUs sei sehr hoch und viele der Leute haben wegen den hohen Preisen noch gar nicht zugeschlagen. Diese werden aber noch zuschlagen wollen und somit bleibt der Bedarf oben. Davon soll nicht nur Anfang 2022 betroffen sein, sondern der größte Teil 2022. Leider. Viele Leute haben ja in den letzten Wochen einen Preisfall bei den GPUs gesehen, doch dieser stabilisiert sich gerade eher. Weiter geht's mit den nächsten News und zwar zu Intel Alder Lake. Ja, Intel Alder Lake und LGA 1700 steht ja in den Startlöchern und da kommt jetzt immer mehr raus. Es werden ja die ersten Desktop-Hybrid-Prozessoren sein aus Golden Cove-Kernen und Gracemont-Kernen. Das Verfahren ist das Intel 7-Verfahren, also 10nm++++. Und ja, werden die Hybrid-Prozessoren sein, also aus schwachen und starken Kernen. Das gab es ja vorher im Notebook-Bereich schon, allerdings war das eher wie so ein Testlauf zu sehen. Viel gab es da ja nicht. Bei den großen Kernen wurde die Leistung pro Takt nochmal gut gesteigert gegenüber Tiger Lake. Der Micro-OP-Cache wurde vergrößert von 2034 auf 4096 Einträge. Das ist fast verdoppelt. Die Sprungvorhersage wurde verbessert, der Decoder wurde von 4 auf 6 Befehlen verbreitert und die Micro-OPs-Menge wurde pro Takt von 6 auf 8 erhöht. Da intern in den Kernen also einiges vergrößert wurde, hat das zur Folge, dass die Kerne so groß sind wie Skylake 14nm-Kerne, trotz des kleineren Fertigungsverfahren. Das Cache-Speichersystem wurde auch verbessert, nun sind 3 statt 2 Loads pro Takt möglich. Was auch schon vorher natürlich klar war, DDR5-Unterstützung, deswegen bringen jetzt auch die ersten Speicherhersteller DDR5-Speicher raus, beziehungsweise stellen ihn vor. Und die IPC sollte insgesamt um 19% gesteigert worden sein. Die Little Cores sollen mit 1TB pro Sekunde an die großen Kerne verbunden worden sein. Was ganz interessant ist, die Little Cores sollen ja der Nachfolger sein von Jasper Lake und Jasper Lake hat jetzt schon eine ähnliche IPC wie damals Sandy Bridge, die 2000er Prozessoren von Intel. Dahin kann man ausgehen, dass die Little Cores sogar so stark werden könnten wie Haswell, vielleicht sogar wie Skylake, wer weiß. Der Einsatz von Little und Big Cores, also große und kleine Kerne auf einer CPU, ist ja im Desktop-Bereich ziemlich neu. Bei Handys gibt es sie schon sehr sehr lange und es braucht natürlich auch entsprechende Software-Unterstützung und deswegen wird dafür dann auch Windows 11 Pflicht werden. Na, ob sich da Microsoft und Intel ein bisschen abgesprochen haben, ich glaube mal schon, weil die Release-Dates sind ja sehr nah beieinander. Apropos Intel 1700 und auch AM5, die Kühler werden weitestgehend wahrscheinlich weiterhin kompatibel sein mit einem Umrüst-Kit. Also bloß wegen einem neuen Prozessor muss man sich jetzt nicht unbedingt einen neuen Kühler anschaffen. Denn bei LGA 1700 wird es laut Noctua ein Umrüst-Kit geben und das hört sich schon mal sehr gut an, dass es bei anderen Kühlern auch folgen wird. Und bei AM5 sind die Bohrungen sogar gleich, lediglich an der Höhe kann es Unterschiede geben. Die Änderungen sind also marginal, deswegen können hier wahrscheinlich auch Kühler weiterhin verwendet werden. Also man muss jetzt nicht Kühler komplett neu designen für die neuen Prozessoren, alte Kühler gehen wohl auch weiter. Das heißt aber nicht, dass sich alte Kühler sonderlich gut dafür eignen. Es kann natürlich auch sein, dass mit neueren Kühlern, mit einer anderen Bodenplatte, sich dann die Wärme besser verteilt, beziehungsweise besser aufgenommen werden kann und dass neuere Kühler sich dann besser dafür eignen. Das kann natürlich nicht ausgeschlossen werden bis jetzt. Neues aber auch zu Zen 4. AMD möchte erstmal bei 16 Kernen bleiben, das Gerücht mit 24 Kernen ist also vor dem Tisch. Das bleibt erstmal den Fredripper vorbehalten. Was allerdings neu sein wird, wird die neue TDP-Klasse von 170 Watt. Weiterhin geben wird es noch 120 Watt, 105 Watt, 95 Watt und 65 Watt. Gewertigt werden sie in einem 5-Nanometer-Verfahren von TSMC. Und das mit den Watt-Klassen wurde jetzt durch den Gigabyte-Datenleak bestätigt. Das war jetzt so eine Sache bei Gigabyte, wo ein bisschen was ans Licht gekommen ist, dummerweise. Ja, und da haben sie auch über den Zockel ein paar Sachen gehabt. Unter anderem auch die Namensgebung AM5. Gut, das war vielen schon klar. Aber auch, dass die 170 Watt-Klasse kommt. Und jetzt die letzten News. Intel Arc, die Gaming-GPUs, die ja von Intel kommen sollten, sollen Anfang 2022 dann endlich erscheinen. Ja, hätten ja vorher erscheinen sollen, ist halt jetzt ein bisschen später geworden. Diese basieren auf die Intel Xe-HPG-Architektur und sollen nicht nur dann für Gaming-PCs oder Desktops herauskommen, sondern auch direkt für Notebooks. Die Marke der Grafikkarten wird Arc sein und die interne Bezeichnung für die GPU wird dann wohl Alchemist sein. Allerdings, obwohl sie Anfang 2022 kommen sollen, viel bekannt ist noch nicht über die Gaming-GPUs, auch in welcher Leistung sie sich befinden. Es gab natürlich immer wieder Gerüchte, dass sie erst mit Mittelklasse anfangen wollen, auf dem Leistungsniveau der EX580. Das ist jetzt aber auch schon so lange her, dass man nicht mehr davon ausgehen kann, dass es stimmen wird. Allerdings, Intel hat schon vorher gesagt, sie werden sich erst um Mittelklasse kümmern und erst später um High-End. Mit der Mittelklasse anfangen ist natürlich auch einfacher, gerade wenn man jetzt erst mit GPUs wirklich anfangen möchte oder mal wieder anfangen möchte. Intel hatte ja schon mal einen Versuch. Ob Intel wirklich konkurrenzfähig sein wird zu Nvidia und AMD? Ich bezweifle es irgendwie, aber ich habe doch ein bisschen Hoffnung, dass sie konkurrenzfähig sein werden. Das war es dann aber auch mit den Tech-News für diese Woche. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls sagt, gebt mir wieder einen Daumen hoch. Wenn ihr wollt, lasst ein Abo da. Dann bis zum nächsten Video.